Wieso ist eigentlich mein Zeltplane, Bretthard? Und wieso bin ich so früh überhaupt schon wach? Ah, so ja, weil ich frieren und schiffen müssen hab ich wie die Sau. Und dann bin ich halt aufgestanden. Aber was tut mir nicht alles, damit es dem Kerl bald wieder besser geht. Seine Ärztin hat ihm kalte Bäder verordnet. Das tät die Heilung fördern. Ach so, Entschuldigung, ich hab mich noch gar nicht vorgestellt. Kowalski, Heiner Kowalski. Und der arme Kerl da, das ist mein Motorbärle. Mein treuer Reisebegleiter sozusagen. Und auch sowas ähnliches wie das Maskottle vom Motorreiseforum. Und wie das alles kommen ist, dass der jetzt auf die Kur muss, die Geschichte, die erzähle ich jetzt. Im Grunde genommen hat alles angefangen wie ein stinknormaler Urlaub. Am Dreiwaldstätter See war es, wo ich den ersten Stopp gemacht hab. Besondere Erwartungen hab ich gar nicht gehabt. Einfach mal abschalten. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hab. Ich war sowas von unfit den Sommer. Diese Scheiß-Pandemie. Scheiß-ewig-lange Lockdowns. Für die eine Kurzarbeit und Langeweile. Für andere wie mich. Hundsverreckt viel Arbeit, aber kein Fatserholung. Dafür ein Haufen Fresserei und Biersauferei. Meine Corona-Wampe macht mir ganz schön zum Schaffen. Aber kann ich ja nichts dagegen machen. Ja. Dazu zwei Impfungen, die hauptsächlich drei Wirkungen bei mir ausgelöst haben. Müde, schlapp und abgeschlagen. Naja, was willst du machen? Den Urlaub jedenfalls hab ich erstmal ganz gemütlich angehen lassen. Natürlich hab ich auf Reisen immer mein Handtuch dabei. Diesmal zusätzlich sogar ein Badhaus. Ich glaub, das kürzlich so in so einer leicht mondän angehauchten Gegend. Auch an der urbanen Strandpromenade von Brunnen, so hat der Ort da geheißen, hab ich versucht, mir die Gepflogenheiten anzupassen. Einfach mal nah hocken und die Szenerie mit allen Sinnen genießen. Angenehme Temperaturen, eine leichte Brise aus frischer Bergseeluft, einem Hauch von russigen Abgasen zur Dampfschifffahrt und einer leicht fischigen Note von dem, was aus den Sammelbehältnissen zum Entsorgen von Hundekacke halt so rausgast, wenn die Sonne da drauf scheint, haben sich zu meinen visuellen und akustischen Eindrücken dazugesellt. So also geht mondäne Entspannung. Wieder was gelernt. Besonders lang bin ich da nicht geguckt. Na hab ich mir halt bissle die urbane Umgebung angeschaut. Für meine Verhältnisse richtig viel Kunst und Kultur. Ich vermische교leum, dass ich im Bloß zwei Nächte habe ich auf dem Campingplatz da verbracht. Zwei Jahre bloß mal als ersten Anlaufpunkt dacht. An meinem letzten Abend im Brunnen habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wo es am nächsten Morgen hingehen könnte. Auf den Berg da oben wäre es bestimmt ganz schön. Nebendran liegt die recht bekannte Rigi, aber zum Nauflaufen war ich einfach nicht fit genug. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Mit dem Motorrad darf ich aber nicht. Und mit der Rigi Zahnradbahn auffahren, werden wir doch ein bisschen zu mondän touristisch vorkommen. So habe ich mich für eine Rigi Umrundung mit dem Motorrad entschieden. Da ganz am linken Bildrand liegt Brunnen mit dem Vierwalddörfer See. Im Uhrzeigersinn einmal um der Buckel rum war so mein Plan. Im Vordergrund der Lauertsasser See, hinten unterm Nebel liegt der Zuger See. Zelt und Zeug war aufgerötelt. Endlich unterwegs ging es immer am Ufer entlang. Ich habe immer wieder angehalten, zu mir die Gegend angucken. Sogar für Kultur und Architektur habe ich in Auge gehabt. Wobei ich das als völlig ausreichend empfunden habe, die Kirche da bloß von außen an zu gucken. Ich bin halt schon ein Kulturbanause. Sightseeing und so brauche ich eher nicht. Wenn ich die Gesamtkulisse auf mich wirken lasse, sind Natur und Kultur sozusagen gleichermaßen mit abdeckt. Da oben irgendwo, da müsste die Rieke gewesen sein. Wie es von da oben wohl so ausgesehen hätte? Ha! Zum Glück gibt es ja das Neuland. Wenn die Schweiz eins gut kann, dann ist das mobiles Internet. Und Bus und Bahn und Käse und Schokolade und, und, und. So sieht meine Rigi-Runde auf der Karte aus. So ein richtiges Ziel habe ich mir für den Tag noch nicht festgelegt gehabt. Erstmal rauf auf den Pragl und über den Klausen wieder retour ins Reustal. Dann mal gucken, wo ich übernachten will. An der Stelle bin ich noch auf dem Rückweg zum Vielwaldstätter Seegwesen, zum meine Umrundung beenden. Zum Praglpass bin ich zunächst ein gutes Stück durchs Mattental oder Mottental oder wie das heißt. Wieder auf dem Motorrad zum Sitzen hat sich jedenfalls saugut angefühlt. Motorrad? Töv heißt es doch hier. Also nochmal, Töv fahren ist super. Meinem Mimotorbärle hat es heute auch saumäßig gut gefallen. Selbst die Viecher haben gefallen an dem Praglsträßle. Was tun die da? Dorftratsch abhalten? Mit dem Töv kein Problem. Man muss sich bloß zu helfen wissen. Von dem Plätzle da hat man einen guten Blick auf den Praglpass. Aber was genau wird mit dem Begriff Pass eigentlich bezeichnet? Ha, na zum Glück hast du ja dein Erklärbärle dabei. Als Gebirgspass, kurz Pass, bezeichnet man den tiefstmöglichen Übergang über einen Bergkamm von dem einen Tal ins andere. Aus geowissenschaftlicher und geomorphologischer Sicht betrachtet, handelt es sich um eine Einsenkung eines Gebirgskamms und wird als Sattel oder Schatte bezeichnet. In der Regel quert ein Pass im Sattelpunkt auch eine Wasserscheide. Die Höhe des Übergangs über dem Meeresspiegel, die Passhöhe der Rampen, ist nicht immer mit dem geometrischen Sattelpunkt identisch. Zum Beispiel, wenn der Passweg etwas oberhalb des nicht passierbaren Scheitelpunkts entlang führt oder untertunnelt ist. Orographisch-landschaftlich umfasst der Begriff mehr als nur die orographische Passhöhe. Auch die funktional mit der Höhenlage verbundenen Gegenden und Strukturen gehören dazu, also der umgebende Raum und die Passrampen. Im Straßenverkehr wird der Begriff Pass häufig synonym für die Passrampen respektive Straßen benutzt. Ursprünglich und heute noch volkssprachlich tragen Pässe gar kein Gattungswort in ihren Namen. Sie heißen zum Beispiel einfach nur St. Gotthard, St. Bernhard oder Brenner. Das Anhängselpass dient der Unterscheidung etwa zu gleichnamigen Siedlungen. Im Deutschen sind hierfür auch Joch, Scheid, Eck, Dichel, Berg, Tor, Sattel oder Scharte häufige Bezeichnungen. Was das kleine Klugscheißerle alles weiß? Von so viel schlauer Theorie habe ich aber ganz schön Hunger gekriegt. So Verdauungsträge wie die Ziegen da in ihrer Mittagspause auf dem Parkplatz rumgestrackt sind, haben die bestimmt schon was zu essen gehabt. Da könnte es ja auch noch was für mich geben haben. Ein Töff-fahrendes Pärle aus der Schweiz hat mir den Tipp gegeben, da unten könnten wir gut und günstig essen. Günstig, das lasse ich mir als Schwab nicht zweimal sagen. Aber Eber wollte mich glaube ich gar nicht vorbeilassen. So erwartungsvoll, wie die in die Gegend geguckt hat, als ob sie hätt sagen wollen, hey, ich hab feinen Massagetermin bucht. Jetzt hopp, mach's schon. Na gut, ich bin ja nicht so. Ich bin ja nicht so. Ich bin ja nicht so. Musik Schock, mein Fotoapparat ist nimmer im Koffer gewesen, wo er hingehört. Sag mal, hab ich den jetzt echt da oben am Pragl vergessen gehabt? Ja klar, nix wie zurück. Glück gehabt, ist noch auf dem Stativ gestanden. Auf der Passhöhe vom Klausen ankommen, hat sich ein kurzer Dialog ergeben, ungefähr so. Das Bärle hat ja recht gehabt, der Pass heißt ja tatsächlich bloß Klausen, ohne Pass. Na ja klar, hau ich recht gehabt, hau ich doch gesagt. Bisch halt ein Käpsel, da wär aber noch die Frage offen, wo fahren wir jetzt hin zum Übernachten? Eigentlich sollst du im Kanton Nittwalder ein Plätzle zum Pennen suchen. Wieso das? Weil wir heute schon durch drei der vier Waldstädte gefahren sind. Luzern, Schwyz und Uri. Fällt bloß noch Unterwalder. Vierwald, Nittwald, Unterwald, Waldstadt, Waldorf-Heslach. Ich verstehe vor lauter Wald nicht einmal Bahnhof. Was soll denn das alles heißen? Na keine Sorge, hast doch dein Erklärbärle dabei. Also, jetzt pass mal auf. Der Begriff Waldstädte hat im Mittelalter ein gemischtes Wirtschaftsgebiet bezeichnet, in dem Wald- und Feuchtgebiete gegenüber Wiesen und Feldern dominieren. Spätestens seit dem 15. Jahrhundert ist der Begriff der vier Waldstädte dokumentiert, womit die den Luzerner See umgebenden Gebiete gemeint sind. Schon mehr als 200 Jahre zuvor hatten drei der einstigen Länder, Schwyz, Uri und Unterwalden, begonnen, sich zu Bündnissen zusammenzuschließen. Eine Zeit lang war Waldstädte der gemeinsame Name dieses Länderbündnisses, heute als Urschweiz bezeichnet. Also doch drei Waldstädter See. Nee, damals nur Luzerner See. Jetzt lass mich halt mal ausschwätzen. Also, heute ist es üblich, die Bündnisurkunden als Bundesbriefe zu bezeichnen. Von einer Flut von Verträgen überlebte langfristig aber nur ein kleiner Teil. Diesen schrieb man in späterer Zeit eine größere Bedeutung zu, als sie ursprünglich hatten. Eine dieser Bündnisurkunden ist der Bund von Brunnen im Jahr 1315. Das ist doch das mondäne Kaff, wo wir gerade herkommen. Ja, genau. So ein geschichtsträchtiger Ort. Wieso hast du denn dort nichts gesagt? Na komm, jetzt du doch nicht so, als der hätte dich für Geschichte interessiert. Ist ja gut. Jetzt halt mal gefragt. Jetzt erzähl schon weiter. Was hat es denn mit dem Bund von Brunnen da auf sich? Der Bund von Brunnen war nicht der erste. Der sogenannte Bundesbrief von 1291 gilt als die Gründungsurkunde der schweizerischen Eidgenossenschaft. Das Besondere am Bund von Brunnen ist, dass darin erstmals der Begriff Eidgenossen dokumentiert ist. Im 14. und 15. Jahrhundert schlossen sich immer mehr Länder der Eidgenossenschaft an. Als erstes die Stadt Luzern. Ab da waren alle vier um den See gelegenen Waldstädte verbündet. Vier Waldstädter See. Jetzt check ich's. Genau. So hat sich ab dem 16. Jahrhundert der Name Vierwaldstädter See durchgesetzt. Okay. Aber was ist mit Unterwalden und Niedwalden und so? Was ist denn da was? Unterwalden wird in den Bundesbriefen seit dem Bund von Brunnen erwähnt. Die Standesstimme war in die Landesteile Unterwalden ob dem Wald und Unterwalden mit dem Wald geteilt. Das waren bis 1999 die amtlichen Bezeichnungen für die beiden Halbkantone. Die heute eigenständigen Kantone heißen Obwalden und Niedwalden. Okay. Kapiert. Junge, wär das damals kompliziert. Ich hab mich dann für den Kanton Bern entschieden. Über den Susten rüber. Der Camping in Obermacht im Gattmental hat ein Restaurant. Solange das geöffnet ist, hab ich da auch spät noch einchecken können. Was gut gewesen ist. Der Nachmittag ist nämlich schon ziemlich weit fortgeschritten gewesen. Vom Sustenpass haben mir ja schon etliche Töff-Fahrer vorgeschwärmt. Die Aussicht soll so toll sein. Ich glaub jetzt ja eher, dass die alle noch gar nie über den Pass gefahren sind. Dörst du nämlich bloß mit dem Mountainbike oder zu Fuß halt. Ich glaub ja, die sind unten drunter durch den Scheiteltunnel gefahren. Jetzt check ich's. Die meinen wohl die Rampen, wenn sie vom Pass reden. Zum Essen dazu hat's selber brautes Bier geben. Naturtrüb, mit frischem Bergquellwasser braut und mit fruchtiger Hopfennote. Genau so, wie ich's mag. Nee, da ist nicht drin, was draufsteht. Aus dem Appenzell sind bloß die Gläser. Mir hat's geschmeckt. Besser hätte der Tag nicht ausklingen können. Boah, das geht dröhne. Net auszuhalten. Samstagsverkehr zum Susten. Naja. Und ich hätte am Morgen schier mein Zelt vollkotzt. Mir ist Hunde-Elend gegangen. Nee, an den zwei halben Bier lag's net. Ich bin einfach am Sack gewesen. Weiß nicht, ob ich's schon mal erwähnt hab. Net ganz fit und so. Glaub schon. Jedenfalls, seit Monaten hab ich ja so eine Halswirbelblockade mit mir rumgeschleppt. Motorradfahren hat mir net so gut getan. Hab starke Schmerzen in den Schultern und Nacken gehabt. Total verspannt alles. Für den Tag hab ich mir nix vorgenommen gehabt. Außer heiß Duschen, gescheiten Kaffee und Tee, Elektrolyte zum Frühstück, Salz und Faulenzen, bis es mir wieder besser gegangen ist. Tut auch mal gut. Am Sonntag ist es mir deutlich besser gegangen. Die frische Bergluft hat's ja richtig gut getan. Herrlich. Ich weiß nicht, dass ich zwischen Pest und Cholera entscheiden muss. Bloß halt beides lang net so schlimm. Aber weil's Wolken ohne Seuch net zur Auswahl gegeben hat, hab ich mich halt fürs Wallis entschieden. Man sieht einfach mehr, wenn man die Nebenstrecken fährt. Das wissen auch die Profis. Das wissen auch die Profis. Da bei der Atmosphäre genossen. Tief durchgeatmet. Au beim Fahren. Die frische, feuchte Bergluft, die durchs offene Visier ins Gesicht geströmt ist. Einfach herrlich. Was ich auch noch toll gefunden hab, dass da so wenig los gewesen ist. Erst recht im Nebel da oben auf dem Grimsel. Auf der Grimsel. Hä? Auf der Grimsel. Man seht die Grimsel. Wieso die? Das heißt doch der Grimselpass. Der Grimselpass ist schon richtig. Hast du wieder vergessen? Grimsel ist historisch net die Abkürzung von Grimselpass. Pass ist bloß ein Anhängsel. Grimsel ist der historische Name von dem Pass. Respektive von dem ganzen Gebiet dahin. Und historisch seht man halt die Grimsel. Ist halt so. Wie das halt so ist, was weiß ich wieso. Ja, von mir aus. Der eine oder andere seht aber auch der Grimsel. So gesehen liegst du ja net ganz falsch. Na, sieh ich mal wieder. Also, oben auf der Grimsel isch wenig los gewesen. Umso mehr dafür unten im Rottenthal. Net bloß im Furka-Zügle. In Oberwald isch a ganz komische Atmosphäre gewesen. Laut und hektisch. Auf dem Campingplatz, wo ich mich drei Jahre zuvor schon mal etliche Tage lang aufgehalten gehabt hab, hab ich deswegen gar keine Lust gehabt. Mich hat's von dort weggezogen. Weg aus dem Kessel. Weiter Richtung Südosten. Da isch's noch gleich auch ruhiger geworden. Eigentlich klar, dass da an dem Sonntag so viel los gewesen isch. Brauchst ja bloß über die Grimseln rüber und ruckzuck bist vom verpissten Berner Oberland im sonnigen Wallis. Aber bis ins abgelegene Binntal hat sich von den Sonntagsausflügel keiner verirrt. Ein Konzert, das wär mal wieder nicht schlecht gewesen. Aber Ansammlungen drinnen, das hab ich mich noch nicht so ganz traut. Weil du kannst den Scheiß frei trotz Impfungen kriegen. Und krank werden hätt ich gerade am allerwenigsten brauchen können. Also bin ich erst mal hintere nach Giesig gefahren zum Campingplatz. Und da halt mal guckt, ob mein Lieblingsplätze vom Jahr 2019 noch frei gewesen isch. Jawoll, hab mein Plätzle okkupiert, mit sofortiger Wirkung als mein Stammblätzle deklariert, zudem ein Unabhängigkeitsreferendum abgehalten und mein Staatsgebiet ausgerufen. Naja, nicht ganz. In Wahrheit hab ich mich halt im Rezeptionshäusle angemeldet. Damals nämlich, 2019, hab ich auf dem Rückweg von der Westalpentour hier so einen spontanen Zwischenstopp eingelegt gehabt. Hach, schöne Erinnerungen sind es gewesen. An die Tour eh, aber auch an den Aufenthalt hier im Bintal. Schön wieder hier gewesen zum Sein. Die Parkierungsgebühr fürs Töv ist immer noch so günstig. Bloß zwei Franken pro Nacht hab ich gezahlt. die Parkierungsgebühr für Töv ist immer noch so georgiaitig. So, wie wir PolizOOI-Töv ist immer noch so georgiaitig. Wo ist es jetzt zu dem, was ihr hier im Bintal? Wie ist es, wie wir uns in Bintal? Das ist, wie wir uns in Bintal. Ambular, ich gehçons, asteroial! Mit Bintal als Föhnf ist immer noch so. Als Föhnf ist immer noch so georgiaitig. Wie ist es im Bintal? Zo in Bintal. So, wie ist es so ein besonderes Bintal? Wie ist es jetzt so far hin und die Abenteufe? So, wie ist es schon da? Wie ist es jetzt? Wie ist es jetzt so schön, wie wir ihn jetzt? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ob das alles ursprünglich erhalten blieben ist. Ohne hässliche Neubauten dazwischen. Schon schön irgendwie. Was ist denn das für eine fragile Konstruktion? Bärle, weißt du was da drüber? Ha, natürlich. Ha, und was? Verrate dir nicht. Na halt nütz. Auf dem Rückweg habe ich mich spontan entschieden, mir die Tunnelumfahrung anzuschauen. Mit dem Töft darfst du da ja leider nicht fahren. Zu Fuß geht aber. Wie lang's das Sträßle wohl schon gibt? Bärle? Also gut, ich bin ja nicht so. Die Route daheine führt über den Alprundpass nach Italien. Das weißt du ja, gell? Alprundpass? Nee, sagt mir nix. Kann man da mit dem Töft drüber fahren. Nee, natürlich nicht. Da kannst du bloß das Fuß drüber. Ach so. Das ist so ein uralter Säumerpfad auf über 2400 Meter. Pass auf, ich lese mal was vor. Die tief eingeschnittene Zwingi war früher ein schwierig passierbarer Abschnitt der Handelsroute über den Alprundpass nach Italien. Zur Römerzeit bot sich die Route als Nord-Süd-Verbindung an, da der Simplon vermutlich noch nicht begangen wurde. Die ältesten, beidseits des Passes gefundenen Spuren, gehen sogar bis auf die jüngere Eisenzeit zurück. Im Jahr 1864 ist die Straße nach Schmidige-Hischere ausgebaut worden. Knapp 20 Jahre danach kamen mit der Eröffnung des Hotels Ofenhorn die ersten Touristen ins Bintal. Das war damals aber noch eine schmale Wagenstraße für zweirädrige Postkarren. Sie wurde erst in den 1930er Jahren durch eine wirkliche Fahrstraße ersetzt. 1938 fuhr das erste Postauto nach Binn. Doch auch mit der Straße war die Zwingi im Winter häufig nicht passierbar. Das obere Bintal war dann von der Außenwelt abgeschnitten und auf Selbstversorgung angewiesen. Erster Bau des wintersicheren Tunnels brachte 1965 das Ende der Selbstversorgung. Okay krass, heute kaum noch vorstellbar einen Winter lang auf sich selber gestellt zum Sein. Wie viele Leute haben denn damals da gewohnt? Das sind immer weniger Wochen. Um 1900 war es gerade mal um die 230. 1970 bloß noch 200 und 1990 bissle mehr wie 160. Heute sind es keine 130 mehr. Okay. 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 Let's go. Okay. Was ist denn das für ein Bollen da? Sieht ganz schön gefährlich aus. Der muss da weg. Oder ist das am Ende gar so etwas wie Kunst? Was ist denn das? Das ist doch kein echter Felsbollen. Sieht irgendwie künstlich aus, so vom Material her. Wie Schaumstoff. Oder doch poriger Lavastein. Ah, ist wohl doch irgendwas mit Kunst. Ja, genau. Die Zwingi Landart bringt seit 2007 alljährlich zeitgenössische Kunst in die Berge. Ausgewählte KünstlerInnen setzen sich mit der Natur- und Kulturlandschaft des Bindtals auseinander und zeigen entlang der historischen Fahrstraße ihre Werke. Das Zusammenspiel von wildromantischer Natur und den Installationen überrascht, irritiert und fordert sowohl KünstlerInnen als auch AusstellungsbesucherInnen heraus. Mhm, stimmt. Irritierend und fast schon überfordernd. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, nach einer guten Stunde bin ich durch gewesen. Ab da ist es retour gegangen. Leicht bergauf, für mich fast schon sportlich. Weiß nicht, ob ich schon mal was dazu erwähnt habe, was mein Fitness anbelangt. Nicht weit vom Südportal, vom Tunnel, beim Ort Zebinne, zeugt der Sträßel ins Lenktal ab. Weitergehend hat es ab hier bloß nur mit der Gondel oder zu Fuß. Die Heiligkreuzkapelle da drüben ist wohl das Highlight dahein. Schau ich mir an. Aber bloß von außen. Genug Kultur für heute. Uff. Uff. Musik Morgen. Morgen. Und, was denn wir heute? Ist doch klar. Gesterns Tal nunter, heuts Tal nuff. Von mir aus. Heute aber wirklich mal ohne Kultur und Geschichte und so. Okay, versprochen. Ich verschone dich heute konsequent. Mit dem Töft zum Fahren hätte sich nicht rentiert. Von Giese darfst du nicht einmal einen Kilometer weit fahren. Ab da geht es bloß noch zu Fuß und überall berg nuff. Also bin ich gelaufen. Mein Problem, die Lauferei hat mich schon wieder so anstrengt. Nur mehr Buckelnuf habe ich nachlassen und mir die Siedlung Feld anguckt. Musik Aha, da geht es wohl zum Alpen. Und passen auf. Es wäre ja doch ein richtig schönes Sträßle. Aber ich sehe ja ein, ein paar Meter weiter oben wird es schon recht schwierig fürs Töft. Finde ich ja auch richtig, zur Knalltreiblinge unten im Tal zu lassen. Wäre doch schade um die Route da oben. Musik 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 Da, schon wieder sind mir so Steinblättchen aufgefallen. Jetzt sagt schon Bärle, wofür sind denn die Blättchen gut? Wieso bauen die Leute hier ihre Häusle so komisch? Ich hab dir ja versprochen, dich mit Kultur und Geschichte und so in Ruhe zu lassen. Aber weißt du was? Das zeig ich dir auf dem Ballenberg. Ballenberg hab ich gar keine so schlechte Idee gefunden. Erst wenige Monate davor hab ich den Ballenberg zum ersten Mal besucht gehabt. Ich wollte da eh noch ein paar Mal hin, weil es mir da so gut gefallen hat und weil es da noch so viel zum Entdecken gibt. Auf dem Ballenberg, da liegt das Freilichtmuseum der Schweiz. Ein riesig großes Gelände mit Wald und Wiesen und Häusern, wo praktisch die komplette Schweiz kompakt zusammengefasst ist. Das Wallis ist natürlich auch dabei. Ja, ich weiß, langweilige Museen mit leblosen Ausstellungen sind das Letzte, was ich mir im Urlaub wünschen täte. Aber der Ballenberg ist anders. Interessant und vor allem lebendig. Ja, da freu ich mich drauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diesmal ist drin gewesen, was auf dem Glas gestanden ist. Leider, weil das von den Schirmen hätte ich gern probiert, hat es aber nicht gegeben. Naja, das Appenzeller kann man auch trinken. Das Salätele mit den hauchzarte Streifen vom Bündnerfleisch habe ich jedenfalls lecker gefunden. Daseler hat man auch�� über die Zeit gefangen, bis zu intensivcemos. So weit, so gut. Der Plan für den nächsten Tag ist also gestanden. Auf zum Brienzer See. Der Ballenberg ist nämlich gleich nebendran. Nach einer erfrischenden Nacht im Zelt, so um die 2 Grad wird es gehabt haben am Morgen, habe ich mich auf den direktesten Weg gemacht. Ja okay, wer sich an die Karte mit meiner Route noch so grob erinnern kann, hat vielleicht auch schon erkannt, dass die Westrampe vom Nuvenen nicht so ganz direkt nach Westen führt. Weil so direkt direkt wäre ja auch schade gewesen. Nachdem zwar sonnig, aber angenehme Temperaturen gemeldet gewesen sind, habe ich mich spontan für einen direkten Umweg entschieden. Das Erklärbärle begrüßt Sie recht herzlich und heisst Sie willkommen an Bord zur vier Kantone-Rondfahrt Tessin, Uri, Wallis und Bern. Beim Tessiner Dörfle Airolo biegt mir nach Norden auf die Tremola ab. So heisst die alte Südramzorm Gotthard. Das sind die mit Natursteu gemauerte Kehren dahin aus dem Jahr 1772. Die Galerien da oben kehren zur 1977 fertiggestellten Neue Gotthardstraße. Der große Denzel-Alpenstraßenführer ordnet die alte Tremola im mittleren Schwierigkeitsgrad SG3 all. Fehlende Randführung, eng zweispurig, ohne Asphaltbelag, viele stark gekrümmte Kurven und Kehren mit stärkerer Steigung erfordern Fahrpraxis und sichere Fahrtechnik auf Bergstraßen. So stark sind denn das Schrebe. Die Passhöhe liegt auf 2.107 Meter. Das Denkmal da ist einem Wadländer Flieger gewidmet, der von 1928 in der Gotthardregion gefallen ist. Ein Stückchen weiter nördlich von uns überfahren wir gleich die Grenze vom Kanton Tessin in der Kanton Uri. Jetztetlepp fändet mir uns auf der Furka-Straße. Gnauer gezackt auf der Oststrampe zum Furka-Pass. Unten im Tal fließt uns die Furka-Reus entgegen. Die, wo sich der Husse im Hoschbenthal mit der Gotthardreus vereint und von da ab bloß noch Reus heißt. Weiter unten fließt die Reus nahe in der Vierwaldstättersee rein. Der Name Furka stammt aus dem Lateinischen, womit ursprünglich eine zweizinkige Gabel bezeichnet wurde. Das hat sich im Sprachgebrauch auf einen zwischen zwei hohen Gipfeln tief eingesenkten Pass übertragen. Anfang des 14. Jahrhunderts hieß der Pass Furke. Im 18. Jahrhundert Gabelberg. Spätestens seit der Römerzeit war die Furka als inneralpine West-Ost-Verbindung wichtig. Der Ausbau zur Fahrstraße zwischen Hoschbenthal und Oberwald erfolgte in den Jahren 1863 und 1866. Da hann auf der Furka verläuft auch die Grenze von Uri ins Wallis. Wir sollten aber ein Stück hinaus auf die Westrampe fahren. Von da aus kannst du besser ins Tal reinglotzen. Das ist der Todesee auf der Grimsel. Das da drüber in der Kurve ist das Hotel Belvedere. Da hinter der Quellsee von der Rhone. Links davon hat vor 100 Jahren nur der Rhone-Gletscher seine Zungen unterhängen lassen. Bis da ran ins Tal hat damals der Gletscher gereicht. Heute versteckt er sich da oben in den Berg, wo es nicht so warm ist. Da unten, da liegt der Gletsch. Im 17. Jahrhundert hat der Gletscher bis an den Ort nahe gereicht. Kann man sich denken, woher der Ort seinen Namen hat, gell? Hahaha. Ja. Musik So, und der Hanna auf der Grimsel geht's noch aus dem Wallis ins Berner Oberland. Aber das kennen wir ja schon, gell? Musik 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 Gar nicht so schlecht, so ein Ausblick beim Aufwachen und die frische Luft noch viel weniger. Musik 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 Sollten wir mal im Juli herkommen. Ja was, das Bähnli kenn ich doch. Mit dem bin ich vier Jahre davor doch zum Rothorn aufgefahren. Wie lange es das Bähnli wohl schon gibt? Die Rothornbahn ist 1892 als damals höchste Gipfelbahn von Europa eröffnet worden. Die ist am Anfang aber noch wenig erfolgreich geworden. Erst im 20. Jahrhundert hat sie an Beliebtheit gewonnen. Die Dampfloks sehen ja tipptopp aus, wie neu. Die sind aber noch keine 120 Jahre alt, oder was? Aber neu. Die Alten sind in die 70er durch Diesel ersetzt worden. Die Sechser da vorne ist Baujahr 1933 und nach einer langen Revision des Jahres das erste Mal wieder im Einsatz. Die 15er nebenan ist 1996 gebaut worden. Die hat eine moderne Ölfeuerung und viel mehr Leistung. Die stinkt auch nicht so brutal. An dem Tag ist nur irgendwie die Zeit fortgerannt. Bevor ich in den Supermarkt bin, bin ich auch noch geschwind ins Eisenwarengeschäft. Ein gescheites Kochmesser besorgen. Mein altes Sackmesser ist zwar an sich noch gut gewesen. Das kalte Wasser hast du damit noch einwandfrei bis zum Boden schneiden können. Bloß zum Kochen hat es halt nicht mehr so gut taugt. Jetzt sollte ich daheim mal nachschleifen. Und jetzt sollte ich auch noch schlafen. Musik 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 Ja, ja, ja. Mit Wecker zum Stellen kannst du dir in Brienz echt sparen. Meiringen liegt voll gleich nebenan, pünktlich um was weiß ich wieviel Uhr geht es los, jeden Tag. Bloß am Wochenende soll ich an den Wecker denken. Aber über die Mittagszeit hast du wenigstens eine Weile da rum. Schon arg nervig, aber irgendwas ist halt immer, egal wo du dich rumtreibst. Irgendwo müssen sie ja auch üben, ihr Ländle zum Verteidigen. Auch wenn es bei uns in Europa heutzutage kaum noch vorstellbar ist, dass irgend so ein durchknallter Terrorpsychopath seine Bomben ins Nachbarland schmeißt. Aber wie es gehen kann, hat man ja erst vor ein paar Wochen in Afghanistan gesehen. Kaum ist die NATO abgezogen gewesen, schon sind die Taliban gekommen und mit Menschenrechten war es vorbei. Jedenfalls habe ich mir mal einen wirklich kulturfreien Tag gönnt. Schiffle gucken hat was Beruhigendes. Schiffle gucken hat was. Urhege Musik Musik Was in dem Urlaub ganz klar noch zu kurz kommen ist, ist Natur statt immer nur Kultur. Nicht weit weg liegt die Gletscherschlucht Rosenlauie. Soll beeindruckend sein. Das Bärle passt derweil auf den Maut- und Parkschein auf. Musik 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 Fahr ich ohne Scheiß. Wenn ich vorher gewusst hätte wie laut es da drin ist, hätte ich Ohrenstöpsel mitgenommen. Ich habe ja welche dabei gehabt, aber so einen Tankrucksack halt beim Zelt liegen lassen. Musik 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 Die Eindrücke kannst du mit der Kamera alle gar nicht so einfangen. Ich zumindest nicht. Musst du wohl selber mal hin. Musik 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 Spann中 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Ich habe mich ja echt gefragt, wie lange das wohl dauert, bis man sich den See satt gesehen hat. Gar nie hat man eine Anwohnerin versichert. Das täte gar nicht gehen, sagen alle hier, selbst Leute, die wohl schon seit über 70 Jahren wohnen. Wieso habe ich genau die Antwort erwartet gehabt? Juhu, heute gehen wir auf den Ballenberg. Okay, einverstanden. Ich gebe ja zu, ich bin echt gespannt gewesen, was es mit den Steinblättchen aus dem Wallis auf sich hat. Das Postauto hat mich vorbei am Westeingang bis zum Eingang Ost gebracht. Von da habe ich den kürzesten Weg ins Wallis gehabt. Auf dem Ballenberg habe ich mir etliche Speicher angeschaut. Aber einen mit so Steinblättchen habe ich nicht gefunden. Im Museumswallis gibt es die scheinbar nicht. Im Wallis nicht, aber im Tessin. Da steht so ein Körnspeicher mit so den Blättchen. Ah, da ist er ja. So, und jetzt pass gut auf, was dir dein Erklärbärchen gleich zeigt. Stell dir vor, ich wäre ein Mäuschen. Logisch, dass sie an den Vorräten ankommen wollen, Dad. Sag ich ja schon immer. Zu viel Kultur im Urlaub kann nicht gesund sein. Wobei, ich gebe ja zu, so schlecht habe ich das ja alles gar nicht gefunden. Bloß übertreiben sagt man es halt nicht. An der Stelle ist der Urlaub nah vorbei gewesen. Am Tag drauf habe ich mein Zelt zusammengepackt und bin heimgefahren. Gewinn übern Susten und Oberalte. Am Tag drauf habe ich mein Zeltalbpass ins Vorderrheintal gefahren. Die Abzweigung zum Kunkelspaß habe ich leider verpasst. Beim nächsten Mal halt. Soll ja spaßig sein, habe ich gehört. Unterwegs habe ich mir wieder viel Zeit gelassen. Ich bin mit keinem guten Gefühl heimgefahren. Ich habe mir vorgenommen, daheim als allererstes im Keller nachzugucken, ob die Russen schon da sind. Keine Ahnung, wieso ich ausgerechnet in dem Moment da auf die Idee gekommen bin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin zwar schon traurig gewesen, dass der Urlaub so abrupt vorbeigegangen ist, aber auf eins habe ich mich gefreut wie Sau. Geschmelzte Herrgerts-Bscheißerle mit Ebiere-Salat. Lecker. Gibt es halt bloß im Schwabenländle. Der Alkoholtest habe ich auch bestanden. Dann habe ich auch den Rest nach Hause fahren können. Der Papst hat das Spätzle-Besteck zu spät bestellt. So, das ist also ein Bärle seine Geschichte. Zweieinhalb Monate später hat er das Gröbste überstanden. So, Adelie, jetzt tun wir schön baden, gell? Du hast doch den Arsch offen. Das ist doch saukalt. Willst du mich umbringen? Ach nein, jetzt stell dich halt nicht so an. Jetzt tun wir erst mal den Verband wegmachen, dann sieht die Welt gleich anders aus. Die ist kalt. Gleich nehm ich. Wenn du wieder aus dem Wasser kommst, kommt es dir viel wärmer vor. So, das war's schon. Kurz und schmerzlos. Das müssen wir ausnutzen. Die Filtern daheim haben sowas nicht zum Bieten. Es heißt die Filter. Hä? Man sagt nicht die Filtern, sondern die Filter. Die Filtern ist doch ein Eigenname. Es heißt ja auch Neuhausen auf den Filtern. Auf den Filtern ist ja schon auch richtig. Es heißt ja aber auch Filterstadt, Filterkraut und Filterklinik und nicht Filternstadt oder Filternkraut. Der Wortstamm und zugleich nominativ singular heißt das Filt und ist ein mittelalterlicher Begriff für das Feld. In der Mehrzahl wird daraus die Felder oder eben die Filter. Auf den Filtern ist wie auf den Feldern die Beugung im Numerus pluracatus dati. Na Gott sei Dank, er ist wieder da, halt. So kalt war's Wasser für einer auch wieder nicht. Ich bin natürlich selber auch noch neigkopf. Einwandfrei. Ist doch logisch, gell?